Mein Name ist Joni, mein Beruf ist interaktiver Mediatiker-Designer. Vor dem ersten Kaffee kannst du mich eh nicht brauchen. Darum machen wir jetzt zuerst mal ein gutes Kaffee. So ein Käfel wirkt Wunder. Ah, schon viel besser. So, jetzt gehen wir mal meine drei Königinnen weg. Guten Morgen, Julia! Meine erste Königin ist Julia. Sie ist schön und sie ist gescheit. Frau Schrödinger, sie ist herzig und so kuschelig. Meine dritte Königin hat 32 Kinder. Und das ist mein Volk. Kannst du mal die Flöten abstellen? Das ist verdammt mühsam. Die Flöten abstellen! Die Flöten abstellen! Die Flöten abstellen! Ich glaube jetzt Digit انz. Vielen Dank.